Was muss ich bei einem Umzug beachten? Grundsätzlich können die Memon-Produkte mitgenommen werden. Um die für Sie passende, optimale Variante und Größe der Memonizer für Ihr neues Zuhause Ihren neuen Unternehmensstandort ermitteln zu können, empfehlen wir die individuelle Beratung durch unser kompetentes und erfahrenes Service-Team. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie eine E-Mail.